Hallo liebe Bruno Gröning-Freunde, ich möchte Sie bitten, mir einen Moment der Aufmerksamkeit zu schenken zu der Thematik Bruno Gröning und die Lehre Jesu Christi. Bruno Gröning benutzt biblische Begriffe, denen er eine völlig andere Bedeutung zuordnet und die nichts mit dem Verständnis der Bibel gemeinsam haben. So entsteht eine Lehre, die nichts mit der eigentlichen Lehre Jesu Christi zu tun hat. Jesus ist für Bruno Gröning lediglich ein Vorbild als Mensch. Warum Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, spielt für ihn keine Rolle und wird nicht erwähnt. Bruno Gröning führt die Menschen in die Irre, indem er ihnen vermittelt, dass sie nur das Gute tun müssen, sich selber bemühen müssen, um geheilt zu werden. Er hat gesagt, der Mensch selber entscheidet darüber, ob er geheilt wird oder nicht. Wenn die Heilung nicht eintritt, hat der Mensch nicht genug an sich gearbeitet, nicht genügend das Gute in sich aufgenommen oder nicht genügend das Böse abgelehnt. Dies bedeutet, dass es vom eigenen Tun und Vermögen abhängt, ob man geheilt wird oder nicht. Stellt sich Heilung nicht ein, kann dies Druck und Selbstzweifel bei den Menschen erzeugen. Bruno Gröning sagt, Die Seele ist also das Empfangsgerät für den Heilstrom. Damit macht er es für den Menschen unmöglich, in Verbindung mit Gott zu bleiben, weil der Mensch nicht sündlos ist und nicht sündlos werden kann. Er führt den Menschen mit dieser Aussage bewusst in eine Abhängigkeit zu ihm und in Abhängigkeit seinen sogenannten Heilstrom permanent aufnehmen zu müssen, aufpassen zu müssen, keine negativen Gedanken zu haben, um körperliche Heilung zu erlangen. Die Lehre Jesu Christi definiert Bruno Gröning so, dass man seinen Körper Beachtung zu schenken hat. Seine Lehre führt vollkommen am Ziel vorbei. Er missbraucht die Bibel für seine Zwecke, um den Menschen zu suggerieren, wenn sie körperliche Heilung haben, dass sie dann in direkter Verbindung mit Gott stehen und dass sie damit alles haben, was sie im Leben benötigen. Jesus selbst hat nie davon gesprochen, dass körperliche Heilung der wichtigste Aspekt im Leben ist und der Fokus ausschließlich darauf ausgerichtet sein soll. Heilung ist auch kein Zeichen dafür, dass man in Verbindung mit Gott steht. Jesus Christus ist gekommen, um den Menschen den Weg zu ebnen und sie wieder in Verbindung mit Gott zu bringen, in Beziehung mit dem Schöpfer zu sein. Bruno Gröning maßt sich an, diese Brücke zu sein, die den Menschen wieder in Verbindung mit Gott bringt. Kein Mensch ist in der Lage, diese Verbindung herzustellen, außer der Sohn Gottes, Jesus Christus. Glaube an Gott bedeutet bei Bruno Gröning, von körperlichem Übel befreit zu werden. Bruno Gröning sagt, jeder Mensch muss von sich aus das Gute tun. Dieser Weg führt zu Gott, dann erhält er die Kraft. Dies ist eine folgenschwere Lüge. Unser Tun oder der Versuch, Gutes zu tun, führen uns nicht zu Gott. Denn dieser Weg geht ausschließlich und ohne Ausnahme über das Erlösungswerk Jesu Christi. Gott zu folgen bedeutet bei Bruno Gröning, das zu tun, was er seinem Körper schuldig ist. Die von Bruno Gröning erschaffene Verknüpfung, Gott folgen und dadurch seinem Körper etwas Gutes zu tun, existiert in der Lehre Jesu Christi nicht. Bruno Gröning sagt, sie müssen mehr an sich selber tun, ihren Körper in der göttlichen Führung haben, das heißt in der eigenen Führung, ich könnte auch sagen in eigener Regie haben. Das sind sie sich selbst schuldig. Den eigenen Körper in eigener Führung zu haben oder unter Kontrolle zu haben, sieht er als Pflicht eines jeden Einzelnen an. Und dadurch entsteht eine vollkommene Körperbezogenheit, die dem Körper einen Stellenwert beimisst, den es in der Bibel so nicht gibt. Bruno Gröning sagt, durch den Glauben an das Gute haben sie alles erhalten. Die Bibel sagt, dass wir alles erhalten, wenn wir das Erlösungswerk von Jesus Christus im Glauben annehmen, welches etwas anderes beinhaltet als körperliche Heilung, nämlich in erster Linie die Vergebung unserer Schuld und dadurch freien Zugang zu Gott. Körperliche Heilung, so sie denn geschieht, geschieht im Namen Jesu Christi, weil er am Kreuz von Golgatha auch den Sieg darüber errungen hat und nicht durch den Heilstrom von Bruno Gröning. Bruno Gröning sagt, der Mensch ist göttlich. Auf den Körper besinnen ist Gottesdienst. Gottesdienst bedeutet im biblischen Sinn, Gott zu ehren, ihm zu dienen, in seiner Gegenwart zu sein und nicht sich auf seinen eigenen Körper zu besinnen. Bei Bruno Gröning wird der Körper zu Gott gemacht und ist somit Götzendienst. Die Bibel sagt, dass nur Gott allein der wahre und einzige Gott ist. Die Lehre Bruno Grönings ist aus biblischer Sicht Götzendienst, da der eigene Körper und auch Bruno Gröning selbst den Platz einnehmen, der Gott gebührt. Er sagt, es ist nicht meine Schuld, wenn sie nicht empfangen, wenn sie nicht gesund werden. Es liegt an jedem Menschen selbst. Geben sie mir das Böse, sie werden allein nicht damit fertig, ich werde es für sie tragen. Kein Mensch kann das Böse eines anderen Menschen auf sich nehmen, um ihn davon zu befreien. Nur der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist würdig und gerechtfertigt, dies zu tun, weil er die Macht und das Vollbringen dazu hat. Bruno Gröning sagt von sich selbst, ich helfe und diese Hilfe führt sie zu ihrem Heil. Er sagt von sich, ich lebe das Heil. Hier stellt sich die Frage, aus welchem Geist heraus Bruno Gröning handelt. Welcher Geist wohnt in Bruno Gröning? Es ist auf jeden Fall nicht der Geist Gottes, denn der Geist Gottes ist der Heilige Geist. Und der Geist Gottes kommt zu demjenigen, der Jesus Christus als seinen Retter und Erlöser in sein Leben aufnimmt. Bruno Gröning hat jedoch Jesus Christus keinen Raum in seinem Leben gegeben, da er sich selber und nicht Jesus Christus als den Vermittler zwischen Gott und den Menschen gesehen hat und es auch so gelehrt hat. Und ganz wichtig, alles was nicht aus dem Geist Gottes herausgewirkt wird, geschieht aus den Mächten und Geistern des Gegenspielers Gottes, nämlich durch Satan. Mit den Worten, dass seine Hilfe zum Heil der Menschen führt und er das Heil lebt, erhebt Bruno Gröning sich zum Retter der Menschheit. Er stellt sich auf die Stufe von Jesus Christus und dies ist pure Gotteslästerung. In keinem anderen, außer in Jesus Christus, ist das Heil zu finden. Jeder andere Heilsweg ist ausgeschlossen. Die Lehre Bruno Grönings ist eine der größten Ehrlehren, da sie Gottes Wort missbraucht und die biblischen Aussagen verdreht und falsch auslegt. Den Menschen wird vermittelt, durch einen Heilstrom in die Gegenwart Gottes oder in Beziehung zu Gott zu gelangen. Dies ist eine Lüge. Durch diese Ehrlehre bleibt der Mensch weit weg getrennt von Gott, da die Brücke, die Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha mit seinem Leben, Sterben und seiner Auferstehung geschlagen hat, den Menschen nicht aufgezeigt wird. Bruno Gröning nimmt stattdessen den Platz von Jesus Christus ein und macht es den Menschen unmöglich, dadurch die Wahrheit in Jesus Christus zu finden. Und die biblische Wahrheit lautet, Jesus selber hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Fazit Jeder, der die Menschen auf einen falschen Weg lockt, wie es Bruno Gröning getan hat und auch heute noch tut, ist nicht von Gott und nicht mit Gott, sondern ein Diener des Feindes, sprich Satans. Und das Ziel Satans ist es, dass die Menschen nicht zu Jesus Christus finden. Das vermeintlich Gute, sprich körperliche Heilung, dient zur Ablenkung und Verblendung der Menschen. Diese Macht hat Satan und benutzt diese eifrig für seine Zwecke. Was nützt es dem Menschen, wenn er körperliche Heilung erlebt, aber letztendlich in der Gottesferne bleibt, hier in diesem Leben und später in der Ewigkeit? Lassen Sie sich nicht täuschen und verblenden, sondern kommen Sie zu der Quelle des Lebens, die da heißt Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Vertraue und Vertraue und Vertraue,